Grüß dich, Pupsik, es ist am Start, meine Bratantik, es ist ein neuer Skin rausgekommen, guckt man, wie geil das aussieht mit diesem Regenschirm, einfach Schneemann mit Karotte auf Nase, Karotte hier, Karotte, Schneemann, Baby Schneemann auch am Start, was geht, Baby Schneemann, Alter? Richtig, richtig fresher Skin auf jeden Fall, Leute, gefällt mir sehr, sehr gut und heute wollen wir natürlich mit dem Schneemann ein bisschen zerstören, ein bisschen die Gegner mit unserer Schneespitzhacke attackieren und zeigen, wer den Boss ist, zeigen, wer Chef im Haus ist, Leute. So, erstmal machen wir es so machen, jetzt gehen wir vielleicht kurz nach oben, denjenigen besuchen, der dort gelandet ist, der hat einen Shotgun auf jeden Fall. Was ein wunderschoner, wunderschoner Schuss, Leute. Wow, ah, das Schwert ist weg, was macht der hier da? Leute, was ist passiert? Alle auseinandergenommen, oh, da ist noch einer. Was macht der da? Was ist denn hier, lol? Wow, 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 wow. Leute, was habe ich gerade angestellt mit den Gegnern? Das war ja zu krat- Was ist denn das für einer? Leute, Schneemann OP, Leute. Wisst ihr, wieso das OP ist, Alter? Weil ihr den über meinen Crater Code kaufen müsst. Da ist einer drinnen Da ist einer drinnen, Leute Scheiße, scheiße, scheiße Der nächste da einfach wegfliegt, Mann Alter, der Skin ist geil, Mann Der bringt mir Glück, Mann Wir fliegen da nach hinten hin Da ist ein Ludropglatt gelandet Den könnte ich gut gebrauchen Okay, was haben wir drinnen, bis wir das im Hof halten? Goldner AK Ein Chuck Chuck Eieieiei, Leute Eieieiei, Leute Geil, Leute Mega, mega, geile Runde, Mann Habe ich gar nicht erwartet, sowas Aber wir brauchen ein bisschen Gegner, die Material haben Damit wir ein bisschen Material bekommen Let's go Ich und meinen Schneemann Ich und meinen Schneemann Wow Aber wir sind jetzt One-Shot, Leute Wir haben kein Blue Life mehr Aber Leute, der Ludrop, der ist lecker Da ist noch einer Nice So wurde er noch viel leckerer, Mann Geil Wir machen es nur Perfekt, Leute Bester Ludrop ever, Alter Oh, Schneemann Was geht? Was geht auch noch nicht? Auf Wiedersehen Bruder, nie wieder schießt du jemanden ab, der gerade hier ein bisschen Flugzeug fliegt, okay? Dankeschön. Das war's mit dem für heute. Wow, wow, wow. Bruder, genau dasselbe gilt auch für dich, mein kleiner Freund. Ihr wisst es doch, Leute. Der Bratan muss arbeiten. Uh, zwölf Kills, zwölf Leute leben noch. Hammergeile Runde bis jetzt, Mann. Ich bin der Meister der Schneemänner, Leute. Der Meister, der Meister der Schneemänner. Verdammt, ich wollte ein Flugzeug. Oh, scheiße, da ist der mit dem Schwert. Verdammte Scheiße. Ich hab fünf Jumpets, Leute. Auf Wiedersehen, du Ratte. Tschüss. Ich hab keinen Bock auf den, Alter. Der denkt auch, der wäre der krasseste, Mann. Oh, Charlie. Auf dich hab ich richtig los. Blas, ich verfehle dich. Aus zwei Metern. Woo-hoo! Oh, shit. Der nervt. Der nervt ja richtig, Mann. Der nervt ja brutal, Leute. Ich hab's nicht verfehle dich. Ich hab's nicht verfehle dich. Oh, ich hab' es. Das ist das so gut. Ich hab' es nicht ver trajectory. Ich hab' es nicht verfehle dich. Ich hab' es nicht verfehle dich. mein kleiner freund ist runtergefallen er wollte das jump hat glaube ich erwischen der arme der wollte das jump hat erwischen und hat dann nichts erwischt außer seinen tod traurige geschichte leute traurige geschichte aber ja ne passiert halt was mit dem jetzt da drüben warte auf mich wo bist du ich wollte ihm helfen ist ja richtige 31er charlie mann was ein 31er charlie leute da will man dem charlie helfen so richtig süß für ihn da sein und er kommt einem so ne da oben ist noch ein anderer ich glaube den anderen nehmen wir zuerst knüpfen wir uns als erstes vor wo baby baby was ich kann da du wenn ich dich töte hoch die der anderen da hinten immer noch rum der geht jetzt auf meinen was ich da alles gebaut habe aber wo sind die anderen drei gegner ich glaube der eine sogar da irgendwo kann es sein dass er sich da eingebaut oder fliegt einer okay den habe ich nice da unten läuft noch einer und dann ist nur noch der da okay wir müssen auf den einen aufpassen dessen kann uns vielleicht wegsnipern oder so was mit dem los was mit dem los oh die zone die zone brudi nice den haben wir jetzt auch jetzt haben wir ein battle gegen das schwert leute okay komm hermann komm her du bastler komm 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 du ratter alter denkst du bist cool mit dem schwert oder was ich bin der schneemann der schneemänner brudi ich die platte vermasselt, du Ratte, easy go, das ist epischer Sieg mit dem neuen Schneemann, das wären eigentlich 19 Kills, Leute, der war One-Shot, wie es aussieht abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video Pam, 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 pam